Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zeig mir deine Harley. Heute stelle ich euch mein Bike vor. Auf geht's! Hey, stopp Leute! Mal kurz in eigener Sache. 97,1 Prozent der Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert. Abonniert jetzt den Kanal kostenlos und aktiviert die Glocke. Supportet mich damit und ihr lasst ein bisschen Liebe da. Und weiter geht's mit dem Video. Warum CWO? Welchen Vorteil hat die CWO oder was hat die CWO mehr, was die damalige Sweetglide Spezial nicht hatte? Wie schon erwähnt, den 117er Motor. Dann hat zum Beispiel die CWO die Kahuna Serie schon dreckig gehabt. Griffe, Rupenblech, Trittbretter. Ebenso die Griffheizung, wobei ich die noch nie genutzt habe, ehrlich gesagt. Dann gab es noch Taschen für die Koffer dabei, die man sonst glaube ich extra kaufen muss. Die Abdeckhaube in CWO Style gab es auch dazu. Und das Wim-Modul für die Boombox war natürlich auch direkt dabei. Somit konnte man auch direkt sein iPhone über Epic Kable mit der Boombox verbinden. Jetzt denken sich die meisten natürlich okay. Ist das wirklich zum Teil mehr Preis von fast 10.000 Euro rechtfertigt? Kann man darüber streiten. Aber was ich natürlich auch noch jetzt vergessen habe, ist, dass die CWO natürlich auch eine andere Audioanlage hat. Die Rockford Forcegate Stage 2 mit vier Lautsprechern, 100 Watt pro Kanal. Dadurch ist natürlich auch ein Koffer etwas kleiner hinten, denn dort ist die Endstufe verbaut. Dann, wie gerade kurz erwähnt, hat die CWO schon den Daymaker verbaut. Hat bereits auch die Blinker auf LED umgerüstet. Und am meisten muss ich ehrlich sagen, hat mich natürlich bei der CWO das originale Heck angesprochen, wo man meiner Meinung nach eigentlich kein anderes Heck drauf machen müsste. Allein den Einsatz der Blinker finde ich echt gelungen und sieht super harmonisch aus. Dann gab es natürlich noch ein Headset dazu, um direkt mit der Boombox und Epic Kable loslegen zu können. Dann gibt es natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, wie dass das Logo auftaucht beim Einschalten des Motorrads oder auch der ein oder andere Schriftzug auf dem Bike. Im Großen und Ganzen habe ich mich mal in die Farbe verliebt und hätte ich mir jetzt eine normale Farbe geholt oder hätte ich mir jetzt eine normale Sweetglide Spezial geholt und hätte diese noch in einer speziellen Farbe haben möchten, legt man natürlich auch wieder Geld drauf. Also man kann sich am Ende glaube ich darüber streiten. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr denkt. Sind die Preise der CWO Modelle wirklich gerechtfertigt im Gegensatz zu den normalen Modellen? Oder wie seht ihr das? Für mich und dieses Modell war es definitiv gerechtfertigt. Was natürlich etwas schwach ausfällt, da müssen wir alle mal langsam ehrlich miteinander sprechen, durch die Euro 5 Norm und die Anforderungen an den Motor wird natürlich der Sound legal schon ziemlich schwächer im Gegensatz zu den Euro 4 und auch zu den Euro 3 Modellen. Ich habe vorher die Breakout mit kurzem Krümmer und Jackin und Hyde gefahren und auch im Automatik Modus hat dies definitiv mehr Spaß gemacht, soundtechnisch, als jetzt mit der Sweetglide zu fahren. Ist aber überhaupt kein Problem, das kompensiere ich für mich persönlich mit dem schönen Lautsprechersystem, was sich an der Maschine befindet und höre einfach etwas lauter Musik beim Fahren. Mein persönliches Highlight ist allerdings der Schlüssel der CWO. Weil genau mit diesem Schlüssel kann man nämlich die Koffer ent- und verriegeln und ebenso das Lenkradschloss verriegeln. Das ist ein kleines Highlight, gerade für die Koffer. Muss man nicht umständlich, wenn man jetzt irgendwo steht und was drin hat, mit dem Schlüssel rumfuchteln und denen die Koffer abschließen. Das ist noch so ein kleines Gimmick. Rechtfertigt natürlich nicht den Preis, aber gehört natürlich irgendwie, finde ich, zu so einem Sondermodell dazu. Jetzt ist natürlich noch die große Frage, da ich am Anfang auch schon erwähnt habe, dass die Sweetglide, so wie sie eigentlich im Laden stand oder so wie sie quasi aus dem Werk kommt, schon ziemlich perfekt war. Natürlich habe ich trotzdem noch einige kleine Dinge geändert. Denn für mich war das Design soweit okay, aber natürlich Sitzposition etc. Man hat natürlich immer ein bisschen was, was man verändern möchte. Und da fängt man natürlich meistens bei der Harley immer mit dem Auspuff an. Auch wenn es 1,05 Euro ist. Aber etwas mehr Sound möchte man natürlich trotzdem haben. Deswegen habe ich mich für die Endtöpfe von Jackal & Hyde entschieden. Und die sind auch ziemlich schnell bzw. sogar beim Neukauf dabei gewesen. Ebenso wollte ich mal unbedingt einen Ape haben, weil meine Breakout hatte immer den normalen Lenker drauf. Und da habe ich mich bei Harley für diesen Schizzle Lenkrad entschieden. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Der ist im Harley Ersatzleckkatalog drin und der ist für mich, ehrlich gesagt, optimal. Ich sitze da sehr komfortabel drauf und einfach genial. Also ich glaube, einmal Ape immer Ape. Und wenn man einmal einen Ape gefahren hat, das ist schon eine echt angenehme Sitzposition. Dann hatte ich bei meiner Breakout, ehrlich gesagt, oder ich war nie so zufrieden mit meinen Reifen, die ab Werk drauf waren. Deswegen habe ich mir bei der CVO jetzt direkt die Crews direkt drauf machen lassen. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden und ich hoffe, das bleibt doch so. Da der Daymaker etwas bulliger ist oder beziehungsweise etwas gewölbt ist vorne, fand ich sah die Originalleiste nicht aus. Und dementsprechend habe ich mir noch die etwas breitere oder längere und breitere Lampenblende von Harley Davidson montieren lassen. Aus dem Zubehörkatalog. Und dementsprechend, finde ich, rundet das vorne die Front dementsprechend ab. Dann hat Harley Davidson 2021 nicht mehr die Hydraulikkupplung verbaut und ist wieder zurück zum Seilzug gegangen. Lasse ich hier mal unkommentiert, aber da ich eigentlich kein Krafttraining machen wollte beim Fahren, habe ich mir die Müller-Klatsch noch einbauen lassen, die natürlich um einiges einfacher zu kuppeln ist. Und auch gerade auf langen Strecken und viel Kuppeln ist es schon sehr angenehm. Auch wenn die CVO ab Werk ein verbessertes Fahrwerk verspricht, war ich trotzdem nicht so ganz zufrieden und habe mir noch das Vibas einbauen lassen. Und dementsprechend habe ich dann das Niveomat einbauen lassen, hinten und vorne. Und seitdem bin ich komforttechnisch echt zufrieden. Dann, fand ich, zum Ape gehören noch die Spiegel an den Lenker. Und da habe ich dann original Harley Davidson Spiegel mir in schwarz gekauft und die wurden dementsprechend nach unten montiert. Und der Schriftzug ist übrigens auch korrekt. Da gab es ja mal die ein oder anderen Kontrollen, wo sowas kontrolliert wurde, weil die dann angeblich falsch angebracht wurden. Aber gut, lassen wir das an dieser Stelle. Und dementsprechend wurden auch noch die Originalabdeckungen verdeckt. Da bin ich gerade ehrlich, die Firma habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, die Abdeckkappen, mein Gott, Abdeckkappen. Aber ich glaube, das war diese türkische Firma, die auch solche Coverblenden etc. oder auch CL-Leisten und so für Harley Davidson produziert. Und ja, die waren gar nicht so teuer, finde ich, ist schön abgeklebt, hat man kein Loch drin oder nur so ein Stopfen, finde ich, rundet die Sache auch ab. Dafür, dass man den Spiegel, ja, dementsprechend rausgebaut hat und den ganzen Lenkrad versetzt hat. Ja, und das müsste es soweit eigentlich gewesen sein. Sonst dürfte ich eigentlich nicht mehr gemacht haben. Wie gesagt, für mich war die CVO von Anfang an perfekt. Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen am schmunzeln, ob es nicht doch noch ein Fat-Tier werden sollte. Passt vielleicht doch ein bisschen zu mir. Also ein 26 Zoll oder so wird es auf keinen Fall. Entweder Original oder vielleicht nochmal ein Fat-Tier. Aber in Zukunft, das Video kommt auch bald irgendwann, bin ich zu Besuch bei einem Kollegen, der ein Fat-Tier hat. Und dann schaue ich mir das Einzelmal in Ruhe an. Und dann kann man auch in dem Video darüber diskutieren, denke ich. Gut. Das war es soweit mit den Umbaumaßnahmen an meiner Maschine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt so wie ihr seid. Ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Video.